Wir stellen uns heute die Schuhtasche von SkiCon Bags vor, die wir zum Testen bekommen haben, mit einem Label natürlich, damit auch jeder weiß, wem das Ding gehört. Die Tasche ist relativ einfach erklärt, es ist eine Schuhtasche, Schuhe, Covers, sieht man ganz klar, die macht man hier auf und dann sind da die Schuhen drin, in dem Fall die neuen Klickpedalschuhe von Shimano. Und ja, manchmal kriegt man es auch nicht zu, einhändig. Die Tasche hat auf jeden Fall lauter Taschen, das ist das Konzept. Hier zum Beispiel Platz für eure Shorts und euer Jersey, die man da reinstopfen kann. Hier passt eine Regenjacke oder ein Regenüberzug rein. Man hat einfach alles bei sich, was man irgendwie zum Fahren braucht, da kann man belüftete Textilien oder zu belüftende Textilien reinwerfen und auf der Unterseite geht das genauso weiter, sodass man wirklich alles dabei hat, was man irgendwie braucht und einfach alles schön verstauen kann. Das Ding ist super praktisch, da passt alles zusammen, auch wenn sie meinen Namen falsch geschrieben haben. Ja, ein cooles Ding, hätte ich nicht gedacht, aber absolut brauchbar und ja, wir freuen uns, dass wir diese Tasche jetzt einfach immer dabei haben können.